Freunde, ich wurde entführt. Von der da. Du bist jetzt überrascht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Keine Ahnung. Sie hat gesagt, ich nehme mich jetzt irgendwo mit hin. Und ich habe keinen Plan, wohin. Wir sind jetzt im Game State. Für alle Leute, die nach Berlin kommen, checkt mal auf Skype. Werdet ihr gleich sehen im Vlog, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Okay, krass. Wir zocken jetzt. Ich hätte gesagt, dass wir eh schon immer zocken. Aber jetzt zocken wir in real life. Oh mein Gott, ey. Alles ist hier voll Bling Bling und sowas. Ich zeig euch das einfach mal kurz. Lazy. 10 von 10. Jetzt schon. Nein. Hier kann man einfach hier dieses, ja, dieses was man halt... Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin echt crazy. Du kriegst eine richtige Echse und musst sie dagegen schmeißen. Und wer am besten trifft, gewinnt halt am Ende. Das ist cool. Und ich mach dich glatt. Ich mach dich glatt. Machst du? Okay. Wir werden es gleich sehen, Leute. Ich gehe jetzt rein. Habe Spaß. Sammle Bälle. Pack sie in das Loch da rein. Und äh... Wird schon. Du schaffst das. Das wird so unangenehm. Nein, du musst es packen. Du schaffst das. Und ich zeig! Ich zeig! Du schaffst das. Ich gehe zum Mitvergarten. Wie ist das? Wie ist das? Einfach Knopfschlag. Ich habe keine Ahnung was ich mache. Nach hinten zieht. Aber nicht zu doll. Was? Oha! Als auf erster Versuch. Das ist ein Dance-Move. Ja genau. So Freunde ich mache jetzt Seilspringen. Das geht richtig in die Beine alter. Never skip leg day alter wirklich. Geht schon los? Jetzt. Oh Gott. Schneller. Ja. Ich kann schon jetzt nicht mehr. War es das schon? Ich habe es gewonnen. Ich habe es gewonnen. Okay das war sehr nice. Wir haben es gewonnen. Yay. War richtig cool. Danke für die Idee. Danke für die Entführung. Fehl die Entführungen.